Michael Gritz in Brüssel, ich nehme mal den Halbsatz, musste die ganze Nacht lang überzeugt werden auf und frage Sie, ist die drohende Ost-West-Spaltung auf diesem Gipfel verhindert? Ja, auf jeden Fall gibt es ein Stück Einigkeit und zwar bei sehr, sehr schwierigen Themen. Das betrifft einerseits den Haushaltsstreit, überhaupt den ganz neuen Haushalt, plus den Wiederaufbaufonds, plus einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Dann noch das ambitioniertere Klimaziel, was ja auch in gewisser Weise mit dem Haushalt zusammenhängt, nämlich mit der Frage, wie viel Geld wird denn investiert, damit man den Übergang zu einer grüneren, zu einer CO2-Reduzierung bei der Energiezeugung hinbekommt. All das sind Dinge, die zusammenhängen und die extrem schwierig waren unter extrem schwierigen Bedingungen, denn auch die Corona-Krise hat vor diesen ganzen Gipfeln und Absprachen auch nicht halt gemacht, alles schwieriger gemacht. All das hat am Ende aber trotzdem zu diesem Ergebnis geführt und das hat eine tiefere Spaltung, diesen Riss, den es in der Europäischen Union gab und auch noch gibt, doch ein Stück weit zugekittet. Und es gibt die Chance jetzt damit tatsächlich in den Wiederaufbau und in eine Investitionsphase zu gehen, die möglicherweise, wenn man es schlau anstellt, zu vernünftigen Ergebnissen führen kann. Lassen Sie uns als erstes den Rechtsstaatsmechanismus kurz vertiefen. Da wird jetzt erstmal sozusagen der Europäische Gerichtshof gefragt. Es wird ihm zur Prüfung vorgelegt. Ist das eine Verzögerung oder ist das ein taktischer Kniff und ein politischer Vorteil? Die einen sagen so, die anderen so. Also tatsächlich ist es so, dass es ein Gesetz gibt, der das jetzt ab 1. Januar auch in Kraft treten soll, wonach das alles schon gelten soll. Wonach also die Auszahlung von Geldern an bestimmte Fragen, zum Beispiel wenn Korruption oder Unregelmäßigkeiten vorherrschen, tatsächlich geknüpft werden können. Andererseits heißt es aber in der Zusatzklausel, die man auf dem Gipfel vereinbart hat, dass man mit solchen Maßnahmen wartet, bis der Europäische Gerichtshof über diese ganze Frage ein Urteil gefällt hat. Und das bedeutet jetzt, dass Ungarn und Polen, das haben Sie schon angekündigt, vor den Gerichtshof ziehen werden mit diesem ganzen Mechanismus, der da ab Januar in Kraft treten soll. Dann wird es irgendwann in einem halben Jahr, manche sagen in einem Jahr, das muss man dann sehen, vielleicht ein Urteil geben. Und dann könnten auch rückwirkend bestimmte Fragestellungen wieder auftauchen. Aber wir sehen schon an meiner etwas kursorischen Erläuterung, dass die Auffassungen darüber, wann das genau wie wirksam auch in der Praxis sein könnte, tatsächlich noch unklar sind. Viktor Orban jeweils, der Premier aus Ungarn, der hat sich gefreut und hat gesagt, das ist ein Ergebnis nach meinem Geschmack. Am Ende entscheiden sowieso wir Staatschefs und da werden wir das am Ende schon im Griff behalten. Er hält also diesen ganzen Mechanismus für ihn persönlich mehr oder weniger verwirkungslos. Das EU-Parlament sieht das allerdings ganz anders. Über ein anderes kompliziertes Verhältnis wurde ja auch debattiert. Die Kanzlerin schloss auf dem Gipfel nicht aus, dass der deutsche Rüstungsexportstopp gegen die Türkei ausgeweitet werden könnte. Und inwieweit hat das auch mit dem Verhältnis Türkei-Griechenland und den Erdgassuchen in der Ägäis zu tun? Ja, wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen, dass in der Urlaubsgegend von manchen Europäern, nämlich irgendwo zwischen Griechenland und der Türkei, ein ernsthafter Konflikt herrscht. Nämlich über die Frage, wer hat eigentlich Anspruch auf bestimmte Territorien da? Und da stellt sich die EU ganz klar an die Seite Griechenlands und so ganz eindeutig ist die Frage aber auch nicht, wenn man einfach überlegt, dass manche griechische Inseln gerade mal zwei Kilometer vor der türkischen Küste liegen. Also da gibt es einen Streit und die Deutschen sind in der Vermittlung unterwegs und versuchen dort eine Regelung hinzukriegen. Aber die Türkei verletzt manche Fragen da immer wieder und taucht immer wieder mit ihren Schiffen in der Region auf und macht natürlich diese Verhandlungen außerordentlich schwierig. Einerseits ist man auf die Türkei angewiesen, muss mit ihr irgendwie zusammenarbeiten. Man denke nur an die ganze Migrationsproblematik, die damit hinter steht. Und andererseits will man der Türkei aber auch klar machen, ihr könnt uns nicht auf der Nase rumtanzen. Und so ist alles das, was man da tut, was Sanktionen, mögliche Sanktionen angeht, was Rüstungsgüter angeht und so weiter, in einem permanenten Ausprobieren, wie weit man geht mit Drohungen, aber um die Zusammenarbeit nicht ganz zu zerstören. Und da möglicherweise und hoffentlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, aber es ist außerordentlich schwierig.